Moin zusammen, willkommen bei mittlerweile der vierten Reihe von Making and Do It Yourself. Heute geht es einmal rund um den 3D-Druck und die verschiedenen Verfahren, was dahinter steckt. Denn wenn ihr euren Makerspace aufmacht, kommt früher oder später irgendjemand rein und fragt, ich habe schon mal gehört, man kann jetzt Organe 3D drucken. Könnt ihr das hier auch machen? Und damit ihr darauf dann auch die richtige Antwort habt, gebe ich euch heute eine kleine Einführung rund um den Begriff 3D-Druck und was sich dahinter alles verbirgt. Es sind nämlich nicht nur so kleine Wackeltierchen, die man damit machen kann, sondern es gibt sehr, sehr vieles mehr. So, daher hier auch die wunderschöne Titelfolie. Können wir ein bisschen Hangman spielen, welche Verfahren es denn alles gibt. Zum Anfang einmal, 3D-Druck ist ein additives Fertigungsverfahren. Das bedeutet, es wird Material aufgetragen und zwar schichtweise. Das unterscheidet sich von vielen konventionellen Herstellungsverfahren, die subtraktiv sind. Das bedeutet, man hat am Anfang einen Materialblock, der dann Stück für Stück abgetragen wird. Das heißt, man verliert Material. Bei der additiven Fertigung ist das jetzt genau andersrum. Wir tragen Material auf, sodass wir dann am Ende unser fertiges Objekt haben, das wir haben möchten. Die Vorteile sind natürlich zum einen, dass man ganz andere Möglichkeiten hat, seine Teile zu designen. Wenn man jetzt beispielsweise ein komplexes Bauteil irgendwo aus der Automobilindustrie hat, muss man das mit konventionellen Verfahren zum Beispiel in fünf verschiedenen Teilen herstellen und die am Ende zusammenbauen. Beim 3D-Druck ist es dann möglich, das in einem Teil schon direkt zu drucken und dann einzubauen, wodurch man sich zum Beispiel auch Nachverarbeitungsschritte und auch Zeit und Kosten sparen kann. Ein weiterer Vorteil ist, dass wir keine Formen benötigen, wie beim Spritzguss zum Beispiel, wo Werkstoff oder Werkzeugformen gebraucht werden, um das Teil am Ende zu gießen. Und man braucht einen verhältnismäßig geringen Platzbedarf, denn so ein 3D-Drucker ist eigentlich gar nicht so groß. Als Nachteil, es ist natürlich ein recht langsamer Fertigungsprozess. Es ist für geringe Stückzahlen geeignet, das heißt in der Massenproduktion hängt der 3D-Druck immer noch hinterher. Und die Festigkeit der Bauteile ist häufig, ja, steht noch ein bisschen in der Kritik. Da gibt es auch sehr viel Literatur zu. Es werden dann 3D-Druck-Bauteile geröntgt und da dann wirklich die Stabilität im Vergleich zu konventionell gefertigten Teilen genommen. Wenn euch das interessiert, schaut da mal nach. Das ist wirklich sehr interessant, aber kostet auch sehr viel Zeit. So als kurze Übersicht. 3D-Druck gegen Spritzguss. Da habt ihr hier links einmal einen Graphen, der die Kosten pro Stück zur Stückzahl auflistet. Beim Spritzguss je höher die Stückzahl, desto geringer natürlich die Kosten. Aber beim 3D-Druck haben wir das nicht. Das heißt, für jedes Stück ist der Preis gleich. Wenn wir viel fertigen möchten, eignet sich also immer noch kostentechnisch der Spritzguss. Einen großen Vorteil haben wir aber zum Beispiel bei der Komplexität. Wenn wir zum Beispiel Bauteile haben, die aus vielen verschiedenen Teilen oder vielen Freiformen bestehen, sind wir mit den Kosten bei der konventionellen Fertigung relativ schnell ziemlich weit oben und beim 3D-Druck bleibt das entsprechend auch konstant. Ja gut, es steigt schon ein bisschen wegen Zeit und Co., aber auf jeden Fall nicht so exponentiell wie hier bei den konventionellen Fertigungsverfahren. Insgesamt möchte ich euch heute acht 3D-Druckverfahren vorstellen. Dabei zunächst einmal für die, also im sogenannten Hobbybereich, habe ich es jetzt mal zusammengefasst, also die 3D-Druckverfahren, die man in einem Makerspice häufig antrifft und die dort auch Sinn machen. Und im zweiten Teil geht es dann um industrielle 3D-Druckverfahren, wenn dann die Leute kommen und euch fragen, ob ihr irgendwie Organe drucken könnt, damit ihr dann auch wisst, wie das denn funktioniert. Fangen wir einmal mit dem bekanntesten an. Und zwar dem FFF-Verfahren oder Fused Filament Fabrication. Einige von euch fragen sich jetzt bestimmt her, das sieht eher aus wie FDM, was ist denn FFF jetzt schon wieder? Das ist im Prinzip das Gleiche. FDM steht für Fused Deposition Modeling, ist allerdings ein von Stratesis patentrechtlich geschützter Begriff, weshalb der korrekte Name FFF-Verfahren lautet, aber ja, im Internet und überall findet man eigentlich nur den Begriff FDM-Verfahren. Ich habe es hier in den Folien jetzt mal FFF-Verfahren genannt, aber lasst euch nicht verwirren, es kommt noch sehr viel mehr Abkürzungen. Gut, zu den Grundlagen. Wie funktioniert das Ganze denn? Wir haben hier einmal die Bauplattform, unser Druckbett und dieses Druckbett ist in der Lage, nach unten zu verfahren. Wir haben jetzt hier auf der X- und Y-Achse, wenn wir uns das so vorstellen, einen sogenannten Extruder, also eine Düse, wo Material verflüssigt und in so einer kleinen Filamentwurst herausgepresst werden kann. Man kann sich das immer so ein bisschen wie eine Heißklebepistole vorstellen. Wir haben einen festen Plastikschlauch, der hier in den Extruder reingeht. Der kommt dann, wie bei der Heißklebepistole auch, unten flüssig durch die Düse und wird dann über die Motoren Schicht für Schicht von unten nach oben aufgestapelt, sodass wir am Ende dann ein 3D-Objekt haben. Dieser Plastikschlauch, der dafür verwendet wird, muss immer fest sein und der heißt Filament. Nur, dass ihr gleich nicht verwirrt seid. So, zu den Vorteilen des Verfahrens. Es gibt sehr viele kostengünstige Maschinen und die Materialien, die man zum Drucken benötigt, sind auch verhältnismäßig günstig. Außerdem ist die Bedienung sehr einfach. Also bei uns im FabLab die 3D-Druckeinweisung geht ungefähr 90 Minuten und danach kann man schon sauber und solide diesen Drucker bedienen und damit auch wirklich durchstarten. Außerdem ist es eine simple Nachbearbeitung. Man braucht nicht irgendwelche Chemikalien, mit denen man jetzt irgendwelche Teile noch nachverfestigen muss, wie es bei manchen industriellen Druckern der Fall ist, sondern ein bisschen schleifen, vielleicht lackieren etc. Das ist alles relativ simpel. Es ist außerdem ein großer Bauraum möglich. Da habe ich gleich noch einen größeren Drucker für euch, aber es werden teilweise schon riesige Autoteile gedruckt und mittlerweile ist der Bauraum gar nicht mehr so klein. Außerdem ist das Drucken mit mehreren Materialien und Farben möglich. Da habe ich gleich auch noch mal ein Bild für euch. In der Standardversion, so wie wir es jetzt hier gesehen haben, ist nur ein Filament. Es ist aber möglich, eine zweite Düse mit anzubringen und ein zweites Filament entsprechend mitzudrucken. Zu den Nachteilen. Wir haben eine limitierte Auflösung. Dadurch, dass wir hier, ich gehe noch mal zurück, die Z-Achse immer nach unten fahren für jede Schicht, haben wir natürlich so eine geriffelte Oberfläche und die sogenannte Z-Auflösung ist im Vergleich zu anderen Verfahren recht gering. Außerdem ist es recht langsam. Wer das schon mal versucht hat und hier einfach so einen kleinen Oktopus mal drucken wollte, merkt, das dauert auch schon mal fünf Stunden. Und wenn man entsprechend dann auf die Großraumdrucker geht, dauert so ein Druck auch mehrere Tage. Außerdem sollte euer Druck immer eine plane Oberfläche haben, sodass ihr es auf die Druckoberfläche setzen könnt, damit ihr auch eine schöne Oberfläche hat, weil wenn ihr den Rest mit Stützstrukturen aufbettet, entstehen eben ja nicht so schöne Oberflächen, die man dann nachher noch nachverarbeiten muss. Ja, wenn man über so einen 3D-Druck fährt, spürt man immer noch die Schichten. Das kommt eben auch durch diesen Z-Versatz und daher haben wir eine raue Oberfläche und es sind Stützstrukturen notwendig. Wenn wir uns jetzt überlegen, dass wir einen T drucken möchten, hier unten ist die Bauplatte, dann müssen wir hier, er kann ja nicht einfach irgendwie in die Luft drucken, wenn er auf einmal anfängt, dann müssen wir hier Stützen anbringen, damit das eben funktioniert, die dann im Nachhinein entfernt werden müssen. Ich habe euch mal ein paar Bilder rausgesucht und zwar war ich 2018 auf der Formnext, auf der eigentlich größten 3D-Druckmesse Deutschlands. Die kann ich jedem empfehlen, der die Möglichkeit hat, dort einmal vorbeizuschauen und habe hier einfach euch ein paar Bilder rausgesucht. Unten links sieht man zum Beispiel so eine kleine Figur, die aus, wie man hier dann sieht, mehreren Teilen zusammengeklebt wurde, weil wir erinnern uns, wir möchten ja möglichst eine plane Oberfläche auf dem Boden des Druckbettes, damit wir hier bei den Federn zum Beispiel auch eine schöne Oberfläche haben. Ja, vielleicht zu meinem Hintergrund. Ich habe etwas mit Prothesen und Co. zu tun, deswegen habe ich auch immer sehr viele Prothesen und Co. fotografiert. Hier ist zum Beispiel die Abdeckung eines Prothesenschafts, auch aus dem FDM-Drucker und hier haben wir tatsächlich eine komplette Fußprothese und wer nicht glaubt, dass das FDM-3D-Druck sein soll, sieht hier entsprechend auch die Schnittstrukturen, die dort eben angebracht waren und das erkennt man immer hier an dieser ja, an dieser rauen Oberfläche. Ganz links sieht man mal so einen mehrfarbigen 3D-Druck, wobei der hier auch nachbehandelt und entsprechend noch angemalt wurde. Der stand auf dem Prusa-Stand, dort gibt es ja, ein System, wo man entsprechend mit mehreren Farben und Materialien gleichzeitig drucken kann. Ich hatte vorhin von Autoteilen gesprochen, hier sieht man auch einmal Teile aus dem FDM-3D-Druck, hier links das schwarze Teil kommt so aus dem Drucker raus, rechts das weiße Teil ist fertig, also ist erst mal grundiert und in der Mitte das gelbe Teil von dem BMW hier ist fertig lackiert. Da sieht man dann gar nicht mehr, dass es eigentlich mal ein 3D-Druck war, aber als Hintergrund, wir sehen hier zum Beispiel auch ein bisschen die Schichten, wenn man ganz genau hinguckt, es ist ein 3D-Druckteil. Hier habe ich euch mal ein paar verschiedene Drucker, die ich auf der Messe so erspähen konnte, rausgesucht. Hier links ist zum Beispiel ein FDM-Drucker, der mit einem Fließband arbeitet, das entsprechend auf das Fließband gedruckt wird und die 3D-Druckteile am Ende wieder runterfallen, um die Serienfertigung ein Stück weit dann doch zu ermöglichen. Hier links sehen wir eine deutsche Marke, eines Großraumdruckers, Membino heißen die. Die gefallen mir tatsächlich sehr, sehr gut, weil sie einfach ein Druckbett haben, was man schnell rein und raus schieben kann, um so auch schnell in der Fertigung zu sein. Hier entsprechend nochmal ein anderer Großformat-Drucker und ganz rechts nochmal den Ultimaker S5, den kennen vielleicht auch einige von euch. Und hier sehen wir, dass von Prusa dieses Multifilament-Kit, wenn wir uns erinnern, dieser Terminator mit den verschiedenen Farben, so sieht das System dahinter aus. Das sind dann entsprechend verschiedene Filamente, die wie so in einem Revolver durchgeschaltet werden können. So, zu guter Letzt hier noch einen Roboter, der entsprechend FDM-3D drucken kann. Hier ist dann noch vieles, vieles möglich. Das würde hier aber zu weit führen. Eine weitere Möglichkeit ist auch der nicht-planare 3D-Druck. Wie wir uns vorstellen können, wir haben in Z-Richtung immer diesen Versatz, den sieht man hier zum Beispiel auf dem Bild, diese Stufenformen. Und das ist vielleicht nicht für alle Bauteile so sinnvoll. Deswegen sieht man hier, es gibt die Möglichkeit, ich kann das hier einmal starten und hoffe, es funktioniert. die Z-Achse im Druck mit zu bewegen. Das ist von einem Studenten einer Universität eine Abschlussarbeit gewesen und es gibt im Internet entsprechend eine Anleitung, wie man seinen Drucker umrüsten kann, dass man die Z-Achse entsprechend mitbewegt. Wenn euch das interessiert, den Link packen wir nochmal unten in die Beschreibung. Ups. So. Kommen wir weiter und zwar zur Stereolithografie oder kurz dem SLA- Verfahren. Wir hatten eben FFF oder FDM und jetzt sind wir bei SLA. Das SLA-Verfahren arbeitet jetzt ein wenig anders. Wir haben keinen festen Werkstoff mehr, sondern wir haben ein flüssiges Harz, was unter UV-Licht aushärtet. Dieses Harz ist hier in einem Becken und genau unten oder bei anderen Druckern auch woanders, aber in diesem Fall unten befindet sich ein UV-Laser, der auf einem Spiegel oder über einen Spiegel die X- und Y-Richtung verstellen kann und dann entsprechend dort, wo das Bauteil aushärten soll, auftrifft und ja, das Harz härtet, sodass dann wieder Schicht für Schicht, wir sehen hier die verschiedenen Schichten, das 3D-Objekt entsteht. Wenn wir uns die Z-Richtung angucken, wir drucken das Ganze über Kopf, das heißt, wir ziehen das von unten aus dem Harzbecken heraus und am Ende klebt das Bauteil hier auf dieser Bauplattform Kopf über. Mit dem SLA-Verfahren haben wir den Vorteil, dass wir eine sehr hohe Fertigungsgenauigkeit haben und also wenn man die Schichten entsprechend lang fühlt, dann spürt man die kaum noch, natürlich je nach Druckeinstellung und Material, aber hier ist eine deutlich höhere Auflösung möglich. Bei unserem Drucker waren das zum Beispiel 25 Mikrometer und bei unserem FDM-Drucker reden wir von 0,1 Millimeter. Es ist aber trotzdem noch eine einfache Bedienung. Wir haben hier wieder maximal 90 Minuten Einweisung, danach sind wir Profi in diesem Gerät und können das entsprechend bedienen. Es sind komplexere Formen möglich, wobei eine, ja, also es wird keine flache Oberflache Kante für das Druckbett mehr benötigt, wobei wir hier immer noch Stütztstrukturen haben, die wir im Nachhinein entfernen müssen. Diese Entfernung ist jedoch etwas einfacher als beim FDM-Verfahren, weil das das 3D-Druckteil noch nicht komplett ausgehärtet ist, wenn es aus der Maschine kommt. Das heißt, man kann die Stütztstrukturen entfernen, kann es dann nochmal mit Druckluft behandeln oder entsprechend abschleifen und danach waschen und vollständig aushärten. Es ist möglich, wasserdichte Bauteile zu formen, die eben komplett geschlossen sind und ähnlich wie bei den FDM-Druckern haben wir hier auch kostengünstige Maschinen. Kommen wir zu den Nachteilen. Es gibt natürlich limitierte Materialien. Unsere Harze müssen unter UV-Licht aushärten können. Von den Kosten sind wir hier auch deutlich teurer als mit den, also bei den FDM-Materialien, jedenfalls in der Standardversion. Es gibt hier natürlich sehr, sehr viele Variationen, muss man sagen. Und wir sind definitiv auf nur ein Material beschränkt. Da ist nur Platz für ein Material in diesem Harzbecken. Das heißt, wir können nicht mit mehreren Materialien oder Farben gleichzeitig drucken. Außerdem haben diese Harze meistens eine geringe thermische Belastbarkeit. Das heißt, bei zu starker Hitze gehen sie einfach kaputt. Und es ist wieder ein sehr langsamer Fertigungsprozess. Wir müssen ja wieder von unten Schicht für Schicht den Laserstrahl an jede einzelne Position bringen. Deswegen dauert das. Und wir haben auch im Vergleich einen relativ kleinen Bauraum, wobei das mittlerweile eigentlich auch nicht mehr stimmt. Da habe ich hier zum Beispiel einmal, der stand auch auf der Formnext, einen relativ großen SLA-Drucker. Von daher ist das auch möglich. Der SLA-Druck eignet sich vor allem auch für medizinische Anwendungen. Bei den Zahnärzten oder in der Dentalmedizin ist er sehr, sehr beliebt. Sieht man hier zum Beispiel auch, da sind einige Gebissschienen gedruckt worden. Es gibt auch verschiedene medizinische Harze, die ja im Mundraum auch eingesetzt werden können. Und wer gut aufgepasst hat, sieht vielleicht, dass hier Farben irgendwie in diesem SLA-Druck mit drin sind oder hier auch in diesem Gehirn. Und da fragt ihr euch jetzt vielleicht, wir haben doch nur ein Material. Wie funktioniert das denn? Hier gibt es eine Methode, die im Nachhinein einzufärben. Da kann man entsprechend Kammern mitdrucken, wo ein Loch gelassen wird. Und dann wird einfach Farbe eingespritzt und das Material eingefärbt. Am Ende wird das wieder zugemacht. Und dann können wir auch hier, wie man sieht, unsere 3D-Druckteile einfärben und so zum Beispiel auch organische Strukturen symbolisieren oder was auch immer uns da einfällt. Kommen wir jetzt nochmal ganz, ganz kurz, keine Angst, das ist nicht zu lange, zu zwei lichtbasierten Verfahren, die in Makerspaces ganz gut anzufinden sind, weil die Maschinen auch relativ günstig sind. Und das ist zum einen das Direct UV Printing, also DUP oder auch unter Masked SLA, also MSLA Verfahren bekannt. Hier arbeiten wir wieder mit UV-Licht. Das heißt, wir haben ein Harz oder wieder das gleiche Harz, das unter UV-Licht aushärtet. Wir haben eine Z-Richtung, die nach oben weggeht und wir haben das Bauteil, das Schicht für Schicht aufgebaut wird. So viel gleich zum SLA-Druck. Was jetzt anders ist? Wir haben hier keinen Laser und einen Spiegel, der entsprechend den Laserstrahl auf die Schicht bringt, sondern wir haben ein LCD-Display, was pixelfrei, also sagt, welche Pixel belasert werden sollen und welche nicht. Und damit können wir dieses ganze Harzbecken mit einem Schlag belichten und können die Struktur unseres Bauteils damit definieren. Bevor wir zu Vor- und Nachteilen kommen, noch einmal ein anderes Verfahren und zwar das Direct Light Processing oder kurz DLP. Funktioniert auch wieder recht ähnlich, nur dass wir hier einen Projektor haben und eine Matrix aus vielen, vielen kleinen Spiegeln, die entsprechend den Laserstrahl auf unser Bauteil oder auf einen Kühlkörper richten, damit wir am Ende auch wieder voxelweise, also so Pixel im Dreidimtsmalen, so kleine Würfel, das sind Voxel, unser Bauteil drucken können. Wenn wir uns das jetzt im Vergleich einmal anschauen, beim SLA-Verfahren haben wir hier einen runden Laserpunkt, der unsere Auflösung limitiert und wenn wir den Laserstrahl verfahren, können wir das in einer schönen Trajektorie machen. Also wir können schöne Kurven abfahren und bei dem DLP oder DUP haben wir entsprechend Pixel. Das heißt, ein Pixel bestimmt die minimale Größe und unser Modell besteht am Ende aus kleinen Würfeln, sogenannten Voxeln, die dann aufgefahren werden. Ich sehe gerade, ich habe die Vor- und Nachteile hier irgendwie gerade gar nicht drin, deswegen einfach einmal aus dem Gedächtnis. Ach nee, die waren beim SLA-Verfahren schon. Genau. Wir sind ähnlich wie bei dem SLA-Verfahren, wenn wir uns zurückerinnern. Wir sind sehr genau, wir sind auf ein Material beschränkt als Nachteil. Genau. Das war es jetzt schon mit den 3D-Druck-Verfahren, die für einen oder die meistens in Makerspaces anzutreffen sind. Kommen wir also zu den Verfahren, die in der Industrie verwendet werden. Und hier ist es ganz, ganz, ganz spannend, weil mit 3D-Druck wird häufig nur, ja, dieser Hobby-Bereich verbunden. Und viele sagen, naja, dann kann ich mir halt kleine Figürchen oder einen Knopf für meinen Herd mal drucken, aber was ist da am Ende überhaupt möglich? Deswegen jetzt nochmal ein kurzer Abriss über diese industriellen Verfahren, mit denen wirklich sehr, sehr viel gemacht wird und die große Potenziale auch für die Zukunft haben. Kommen wir zum Pulverdruck oder kurz, wir sind wieder nur bei drei Buchstaben. Das ist irgendwie so Standard-3-DP-Verfahren. Das funktioniert jetzt etwas anders. Und zwar haben wir hier zwei Betten, wie man sieht. Das eine ist unser Druckbett, wo unser Bauteil am Ende drauf ist. Und das andere ist unser Pulvertank, mit dem das Pulver entsprechend auf das Bett gebracht werden kann. Wir haben hier wieder eine Bauplattform und einen Druckkopf, wie schon beim FDM-Verfahren auch. Aber da hört es auch schon mit den Gemeinsamkeiten auf. Wobei wir können ihn noch in der XY, also den Druckkopf in der XY-Achse verfahren. Dieses Druckverfahren arbeitet jetzt mit einem Pulver, was entsprechend mit einem Bindemittel verfestigt werden kann. Dieses Pulver wird mithilfe einer Pulverrolle aufgebracht. Das heißt, die Pulverrolle bewegt sich hierhin, macht hier das ganze Bett voll mit Pulver. Und am Ende, wenn das Pulver aufgebracht wurde, geht der Druckkopf einmal rüber und spritzt dieses Bindemittel auf das Pulver raus. Unser Vorteil ist hier, dass wir dieses Bindemittel einfärben können. Das heißt, wir können auf einmal alle möglichen Texturen auf unsere Bauteile mit aufbringen und komplett bunte Drucke fertigen. Was man hier sagen muss, also zu den Stützstrukturen, das Pulver, welches nicht belichtet wird, bleibt hier mit erhalten und wird einfach nicht verfestigt. Das heißt, das Bett oder das Druckteil liegt auf den Pulvern, wodurch die Stützstrukturen entfallen und dann nicht nachbearbeitet werden müssen. Zu den Vor- und Nachteilen. Das ist ein verhältnismäßig mit den Industriedruckern schnelles Fertigungsverfahren. Wir brauchen keine Stützstrukturen mehr und wir können vollfarbige Modelle fertigen und außerdem auch komplexe Formen, weil jetzt brauchen wir definitiv keine plane Oberfläche mehr, die irgendwie auf dem Druckbett auflegen muss, da unser Teil ja am Ende auf dem Pulver liegt. Als Nachteil natürlich, wir haben hohe Maschinenkosten, wenn man sie jetzt mit den Hobbydruckern vergleicht, aber in der Industrie werden da natürlich auch andere Maßstäbe angesetzt. Und im Vergleich hohe Materialkosten, dieses Pulver ist nicht so günstig wie ein einfaches PLA-Filament für den FDM-3D-Drucker. Außerdem ist die, also jetzt wieder die Stabilität im Vergleich zu anderen industriellen Verfahren geringer und wir brauchen zwingend eine Nachbearbeitung. Das heißt, wir müssen diese Teile danach chemisch noch nachbehandeln, damit das auch fest bleibt und ungiftig angefasst werden kann. Am Ende haben wir bei unserem Bauteil auch eine recht raue Oberfläche. Das fühlt sich immer so ein bisschen sandig an und erinnert an ein sandgestrahltes Teil oder an so ein Körner aus der Sandstrahlmaschine. Hier seht ihr einmal solche Modelle aus dem Pulverdruckverfahren. Das sind jetzt die, die man kennt, wenn man sich bei Mediamarkt einscannen lässt und dann als Gipsfigur irgendwie mit nach Hause nehmen kann. Das genau sind diese Teile. Wir können Multicolor, alles Mögliche machen, haben aber am Ende nur dieses eine Material, was wir verwenden können. Jetzt dieses Verfahren einmal ganz, ganz kurz nur, weil es häufig für Verwirrung sorgt, weil es noch ein anderes Verfahren wird, was MJM abgekürzt wird und damit sehr häufig verwechselt wird. Das Multijet Fusion oder kurz MJF-Verfahren arbeitet auch mit nur einem Material, mit einem Polyamid. Wir haben hier wieder einen Pulverdrucker, ziemlich gleich zu dem Pulververfahren eben. Wir haben unseren Bauraum, wir haben unsere Pulverform und die Pulverrolle, die entsprechend die Körner hier aufbringt. Jetzt haben wir aber den Vorteil, dass wir die SLA-Technologie und die Pulverdrucktechnologie ein wenig kombiniert haben und hier jetzt in der Lage sind, wärmeleitende und thermisch hemmende Flüssigkeiten gleichzeitig aufzubringen, um so stabilere Bauteile zu formen. Mit unterschiedlichen Lasern werden diese Flüssigkeiten oder die Flüssigkeiten, die auf das Pulver treffen, dann entsprechend ausgehärtet, sodass wir am Ende wieder unser 3D-Objekt haben. Die Vorteile, die hier vor allem entstehen, ist, dass wir ein thermisch und mechanisch belastbares Bauteil haben. Ansonsten ist es sehr ähnlich. Wir brauchen keine Stützstrukturen. Gut, wir haben eine hohe Bauteildichte. Wir können komplexe Formen fertigen und das Verfahren ist vergleichsweise schnell. Natürlich sind es wieder hohe Maschinen- und Materialkosten. Wir können hier nur einfarbige Modelle machen, weil Vorsicht, nicht verwechseln. Wir haben hier keine Farbkartuschen drin, sondern wir haben verschiedene Bindemittel. Wir haben immer noch eine leicht raue Oberfläche und, ja gut, als Material ist Polyamide-Pulver, welches verwendet wird. Kommen wir aber zu dem, ja, ich sage immer eigentlich interessanten Verfahren und zwar dem Polyjet-Verfahren oder auch unter dem Begriff Multijet-Modeling bekannt, kurz MJM. Deswegen hatte ich das andere eben noch mit reingebracht, weil das häufig durcheinander gerät und mich auch sehr, sehr lange verwirrt hat. So, bei diesem Verfahren haben wir nun den Vorteil, dass wir hier nur eine Bauplattform haben und in unserem Druckkopf gibt es viele kleine Düsen, die unterschiedliche Materialien auf unser Bauteil bringen können. Wir haben hier entsprechend auch wieder einen UV-Laser, der die Schicht dann am Ende aushärtet und unser Druckkopf kann auch in Y- und X-Achse verfahren und unser Bett fährt nach unten Richtung Z-Richtung. Jetzt hier, der riesig, riesig große Vorteil ist, dass wir verschiedene Materialien in einem Bauteil vereinen können. Wir haben zudem natürlich eine hohe Genauigkeit, brauchen wieder keine Stützstrukturen. Wir haben eine sehr, sehr feine Oberfläche, weil die Auflösung dieses Verfahrens sehr genau ist. Wir können komplexe Formen fertigen und wir sind wieder recht schnell in der Fertigung. Diese Maschinen sind natürlich sehr teuer, entsprechend die Materialien auch, wobei es hier natürlich immer wieder Unterschiede gibt. Wir haben allerdings wieder schlechtere thermische Eigenschaften als zum Beispiel bei dem MJP-Verfahren. Und hier auch wieder, wir haben eine zwingende Nachbearbeitung, die wir durchführen müssen, die auch nicht so ganz einfach ist und für die man schon eine längere Schulung braucht. Hier einige Exponate von der Firma Stratesis, die auf der Formnext auch vertreten waren. Und man sieht, dass hier schon einiges möglich ist. Hier ist zum Beispiel ein menschlicher Kopf, der mit dem Polyjet-Verfahren gemacht wurde. Es sind zum einen mehrere Farben und die Textur, die sehr, sehr, also erschreckend natürlich getroffen wurde. Und hier sind auch verschiedene Materialien verarbeitet. Hier sehen wir zum Beispiel eine Schuhsohle, die von Orthopäden entwickelt wurde. Und hier sieht man, so unten ist so ein blaues Material und oben nochmal ein transparentes. Wir haben eine sehr elastische Form und können damit auch vor allem im Bereich der Prothetik, weshalb ich da ganz gerne drauf zurückkomme, sehr, sehr komplexe und coole Sachen machen. Hier vielleicht mehr optisch haben Sie auch nochmal einige Exponate gehabt. Und hier, wir sehen wieder irgendwelche menschlichen Körperteile, haben wir eine Hand, wo die Arterien und Muskeln entsprechend detailliert dargestellt sind. Und hier, das kennt vielleicht jemand, der schon mal in Körperwelten war, ganz gut, haben wir einen Menschen, der links die Haut zeigt und rechts die inneren Strukturen des Körpers. Hier nochmal, das sieht so ein bisschen gläsern aus. Also es sind wirklich sehr, sehr viele Materialien möglich und die dann auch noch komplett bunt. So, jetzt, bevor ich euch noch komplett verwirre, das allerletzte Verfahren, das ich euch heute vorstellen möchte, und zwar das selektive Lasersintern oder kurz SLS. Das SLS-Verfahren arbeitet wieder mit einem Laser und Spiegeln, die in Y- oder X-Achse verstellt werden, um dann den Laserstrahl punktgenau auf unser Bett zu bringen. Anders wie beim SLA-Verfahren haben wir hier auch wieder ein Pulver, welches mit dem Laser verdichtet wird. Ja, unser Bauteil kann wieder frei hier in der Form auf seinem Pulver liegen und wir haben wieder unser Pulver, unsere Pulverplattform, wo mit der Pulverrolle oder so einem Wischer oder da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu realisieren, dass Pulver aufgetragen wird. Einige von euch haben vielleicht auch den Begriff SLM schon mal gehört. SLM bezieht sich dann auf den metallischen 3D-Druck und das SLS-Verfahren mehr auf die Kunststoffe. Der größte Unterschied ist hier eigentlich, dass beim SLS-Verfahren wir einen beheizten Bauraum haben, der schon eine gewisse Vorwärme auf das Pulver bringt und der Laser bringt einfach nur diesen allerletzten Schmelzpunkt auf das Material ein, dass sich unsere Schichten verbinden. Beim SLM-Verfahren sind wir in einem kühlen Bauraum und bringen die Energie eben komplett über den Laser mit rein. Zu den Vorteilen vom SLS-Verfahren. Wir haben jetzt wieder mechanisch belastbare Bauteile. Wir können mit diversen Materialien drucken, allerdings immer nur mit einem Material gleichzeitig. Es sind keine Stützstrukturen notwendig. Wir können jetzt auch mit flexiblen Materialien drucken. Wir haben wieder komplexe Formen und zudem auch thermisch belastbare Bauteile. SLS ist so in der Industrie eigentlich eins der häufigsten Verfahren, welches genutzt wird, um Prototypen oder fertige Bauteile zu fertigen. Wir haben wieder hohe Maschinen- und Materialkosten. Außerdem auch wieder eine rauhe Oberfläche. Wer schon mal so ein Teil in der Hand gehabt hat, diese Pulverkörner fühlt man im unbehandelten Zustand schon noch um einiges. Deswegen haben wir wieder Nachverarbeitungsschritte, die nicht ganz einfach zu erlernen sind und die gemacht werden müssen. Es ist wieder ein relativ langsamer Fertigungsprozess und wir können hier nur einfarbige Modelle fertigen. Ja, kommen wir wieder zu ein paar Exponaten. Hier sieht man zum Beispiel eine Prothese aus dem SLS-3D-Drucker. Was sehr, sehr in Mode war 2018, waren Schuhsohlen und Schuhe, die direkt aus dem 3D-Drucker kamen. Hier zum Beispiel so eine sehr flexible Sohle, die man sieht. Hier hatten sie dieses Bauteil noch mal als Würfel. Und ja, sowas muss man halt einfach anfassen. Das war wirklich sehr, sehr, sehr flexibel. Sonst gibt es hier auch verschiedene Orthesen, wie diese hier zum Beispiel, oder auch die Möglichkeit, das mit anderen Materialien am Ende zu verkleben und dann Schuhsohlen zum Beispiel zu fertigen. So, das war es jetzt mit dem wilden Abkürzungsdschungel. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr verwirrt. Nächste Woche geht es dann darum, wie finde ich den geeigneten 3D-Drucker für mich und welchen brauche ich überhaupt in meinem Makerspace. Dabei werden wir uns vor allem auf das FFF- oder FDM-Verfahren konzentrieren, also auf die FDM-3D-Drucker und einen kurzen Umweg über die, ja, UV, SLA, DLP und DUP-Schiene gehen. Zudem geht es auch ein bisschen um die 3D-Druckmaterialien. Also, was kann ich im FFF-Verfahren verwenden und wann benutze ich am besten was. Dann bis nächste Woche.